Freitag Mittag in Leeds Ich stelle es mir sehr schön vor, in diese Moschee zu gehen, andere zu treffen, die auch übergetreten sind und zu einer Gemeinschaft zu gehören. Denn in der Moschee wird sie als Neumuslimin tatsächlich nicht alleine sein. Weiße Engländerinnen und am Kopftuch machen in vielen Gemeinden hier bereits jetzt einen großen Teil der Gläubigen aus. Ein Trend, fast unbemerkt vom Rest der Welt. Denn viele Mädchen wie Laura tragen ihr Kopftuch nicht immer und überall draußen auf der Straße. Warum nicht? Ich trage es nicht immer, weil ich es bis heute meiner Familie nicht erzählt habe. Ich würde es am liebsten immer und überall tragen, aber wenn ich meine Eltern treffe, kann ich das nicht. Warum nicht? Weil ich Angst vor ihrer Reaktion hätte. Muslime werden hier nicht gut dargestellt in den Medien und sie würden mich deshalb nie verstehen. Leanne hat ihrer Mutter auch noch nichts von ihren Plänen erzählt, obwohl sie heute bereits ihren ersten Termin in der Moschee hat, die sie so lange nur von außen angesehen hat. Der Imam erklärt ihr, wie und wo sie hier beten wird. Er hat mittlerweile Übung darin. Allein im letzten Jahr hatte er über 50 ähnliche Neuzugänge. Das ist schon ein großer Schritt für sie. Ich freue mich natürlich darüber und ich hoffe und glaube aber auch, dass sie sich das wirklich gut überlegt hat und dass sie wirklich bereit ist für diesen Schritt. Und er erlaubt ihr den Männern beim Gebet zuzuschauen, etwas, was sie als Frau später hier nicht mehr dürfen wird. Was ich am Islam so faszinierend finde, ist, dass es hier wirklich strenge Regeln gibt, an die man sich halten muss. Ein Fundament, an das alle glauben. So wie fünfmal am Tag beten. Auf dem Weg nach draußen trifft Leanne auf Catherine, die vor drei Jahren bereits das getan hat, was Leanne noch vor sich hat. Sie konvertierte aus eigenem Antrieb. Schwerer noch als das Unverständnis ihrer Eltern war für sie zunächst, dass Beten selbst erzählt sie. Mit dem Übertritt fängt die Reise ja erst an. Du wirst sehen, manchmal ist es sehr schwer. Als ich angefangen habe zu beten, war ich oft total frustriert, weil ich zunächst den Sinn vieler Gebete gar nicht verstanden habe. Aber du darfst eben nicht aufgehen. Gott testet dich. Und du musst dich wirklich bemühen, immer wieder. Das will Allah von dir. Das mag er. Die Diskussion mit den Eltern hat sie hinter sich. Vor drei Monaten hat sie einen Muslim geheiratet und ist mit ihm in einen Vorort von Leeds gezogen. Ein Viertel ganz ähnlich dem, wo sie aufwuchs. Hier im Norden Englands, der zunehmend verarmt und wo der christliche Glaube, jede Art von Glauben, schon lange verloren ging. Ein Zustand, der ihr immer fremd war. Und so war für sie der Übertritt ein natürlicher Schritt in eine andere, bessere Welt. Menschen brauchen Regeln und feste Rituale. Und das ist im Islam so viel stärker als in allen anderen Religionen. Dieses Land hier ist doch völlig aus den Fugen geraten. Du brauchst so ein strenges Fundament, um dich vor dieser Welt und dir selbst zu schützen. Guck dir doch an, was hier passiert, Freitag, Samstags. Die Leute zerstören sich selbst. Denn so sieht die Gegend rund um die Moschee am Abend nach dem Freitagsgebet aus. Wochenende. In Städten wie Leeds oder Liverpool heißt das Koma trinken. Liane verabschiedet sich im Pub bei einer Cola von ihren Freundinnen. Dieses Leben ist von jetzt an für sie vorbei. Ich hoffe, dass der Islam mir so etwas wie einen inneren Frieden bringt. Weil ich etwas tue, das richtig ist. Und wenn ich einmal sterbe, ist dann auch nicht einfach alles vorbei. Das Wichtigste aber ist, du hast das sichere Gefühl, dass da jemand ist. Dass Gott sich um dich kümmert. Ihre Mutter, die sie alleine erzogen hat, hat Liane am Tag zuvor vor vollendete Tatsachen gestellt. Sie ist denn auch wenig begeistert, gleich drei Männer aus der Gemeinde zu Besuch zu bekommen. Ein Besuch, der den Übertritt vorbereiten soll. Für mich ist das einfach total fremd alles. Deshalb ist das seltsam. Ich habe noch nie etwas mit dem Islam zu tun gehabt. Aber ich werde mich bemühen, sie zu unterstützen. Ich hoffe nur, dass die Leute sie nicht ablehnen deshalb. Dennoch wird sich Lians Leben ändern, so wie Catherine am Ende die meisten ihrer alten Freunde hinter sich gelassen hat. Aber auch wenn ihr Leben so heute manchmal ein wenig einsam ist, bereut hat sie ihren Schritt nie. Ich bin jetzt einfach wirklich ich selbst. Alles Äußerliche fällt von dir ab. Du wirst Teil der Welt, so wie sie sein soll. Wenn du fünfmal am Tag betest, bringt dich das immer wieder zurück zum Wesentlichen. Es hält dich zum Beispiel davon ab, andere zu verletzen, weil du ständig über dein Handeln reflektierst. Diese Religion hilft mir wirklich, ein besserer Mensch zu werden. Es bleibt ein eigenwilliger Schritt, den diese Frauen gehen, mitten in einer Welt, die dazu so gar kein Verhältnis hat. In einem Land, in dem so vielen der Sinn für Moral und Religion fast ganz abhanden gekommen scheint, wird ihr Rückzug umso mutiger.